BAM! Das ist wie eine Händelssonate im Halbschluss, am Schluss. Auf der Dominante. Und dann doppelt, doppelt, doppelt. Ja, aber jetzt habe ich zwei Akzente und dann nur Striche. Ich muss... Ja, aber laut und nicht hart. Ja, da... Ja, das ist auch wieder die ungarische... Daktilos, Daktilos. Das ist, wenn es betont ist und laut, ist es eher schneller als 32. Und wenn du das jetzt in Nadacho geschrieben hast, würdest du... Dira-dam, Dira-dam, machen... Dira-dam, Dira-dam. Aber wenn es in schnellem Tempo... Das ist immer so. Und jeder Akzent wird schneller, wenn du laut bist in dieser Musik. Wenn du zum Beispiel... Ja-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da... Und das ist geschrieben... Bibi, bababibaba, bababibaba... Aber dann spielt es eben nicht so. Habt ihr auch sicher in der Bibliothek sämtliche Aufnahmen als Bad Dogg, als Pianist. Da mal vier Stunden hingehen und dann ist es klar. Eben, was ich auch so, das muss wirklich capriccio sein, im zweiten Satz auch. Und dann, wie in Gera. Nicht sentimentale. So, und dann der Schluss. In der letzten Seile, zweimal drei. Und jetzt. Es muss bis zum Doppel-Summe gehen. Und nachher. Ja, das ist eigentlich Basketball. Und dann das Liberamente. Und eben. Und jetzt, das zweite Mal ist. Es sind plötzlich sechs statt vier Töne. Das musst du herausfinden. Und jetzt auch das so wie mit Harfe. So eine Art Pätschen. Wieder dreien. Und dann am Schluss auch, dass es so plötzlich wie ein Wurtanfall. Und dann. Ja, das ist so. Das ist doch Molto-Allegro, ja. Ja. Und dann. Und dann tanzst du. Dazwischen leichte. Dazwischen leichte. Trommelspielen. Trommelspielen. Nein, brumm. Ja, ja. Und dann jetzt wieder. Und dann tanzst du. Nicht immer langsam so. Verschwinden. Und wieder neu beginnen. Wie ein Rondo. Immer das Thema kommt. Gut. Jetzt weiter. Ja, aber jetzt. Ja, so ist wie. So wie ein Marienbafon. TANNEDI Aber nicht nur pyosso. aber nicht wahnsinnig schnell. Aber mit viel Crescendo viel mehr als Cera. Sehr laut. Und bis zum Schlusston. Ja, so. So, bien. So, das ist gut, ja. Und jetzt wieder ganz legger. Aber nicht süsslich weich. Leicht, leicht, elegant. Und jetzt wieder ganz legger. Und jetzt wieder ganz legger. Und jetzt wieder ganz legger. Ja, da. Aber ich höre die halben Töne überhaupt nicht. Nein, das tiefe. Ja. 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 Die muss als Steigerung sein, mehr als das erste Mal. Tempo hart. Ja, und mehr, mehr... Denken wir, der Walzertempo. Mach noch einmal so einen 48, 9, 8 und 8. Nicht lang warten. Du atmest nur, weil du atmen musst, aber nicht musikalisch. Wie ein Arpeggio klavierst du. Nicht anstoßen, das ist fies. Aber nicht regelmäßig. Ja, liberamente. Nicht zu langsam Ja, das macht fast freier Da wird eine Improvisation plötzlich Und dann wieder ein Tempo Mach noch 69 Nein, am Schluss hat schon der andere Ja, da, 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 da Dann wieder ein Tempo Die kommt Dasappa Die Bewerbung Die Ja, ganz, ganz wild. Und hier 126, schnelles Tempo. Das einzige Mal, oder? Das ist schnell, ganz schnell. Macher von dort, Molto, Forte, 78. Die Bindungen sprechen nie an nach unten, aufpassen. Ja, das ist brusco, also plötzlich viel schneller. Das ist immer die gleiche Intervalle, immer Quart, Tritonus, Quart, Tritonus. Tritonus, 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 ja, sind fast die gleichen. Ja, aber nicht so unsauber spielen. Ich glaube, das A überhaupt nicht. Ja, la, 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 dido. Nein, der vierte Ton ist ein A. So, gut, gut. Jetzt noch einmal im Tempo. Ja, in dem Tempo. Nein, das Kiss ist nicht angestoßen. Nein, das Kiss ist nicht angestoßen. Es sind drei Töne gebunden. Nein. Mach doch einmal von Anfang. Subito volto. Und jetzt mit dem Auftakt. Und jetzt im Tempo. Da sind wir noch sehr unsauber, die tiefen Gäste und B spricht nicht an. Ja, das stimmt. Die Oktavlage, das musst du noch richtig üben. Und jetzt sehr, sehr schnell wie ein Trommelwirbel. Aber dass wirklich der letzte Ton am lautesten ist. Da, 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 da. Mach das noch schneller. Da, da, da. Ja. Da, da, da. Ja, bis drei. Und jetzt flüstern. Ja. Aber das zählt was. Ja. 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 Ja, das ist einfach mal. Ist gut, aber einfach noch ein bisschen putzen. Ja. Ja. Aha. Ja. 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 Ja, ja. Und den anderen auch eben. Beide Male so wie eine Unterbrechung. So, aber nicht zu langsam, nicht zu liberabel.